Beginnen wir beim Thema Armut. Da hat der Verfassungsgerichtshof die Mindestsicherungsreform, Sozialhilfe, neu in wesentlichen Punkten aufgehoben. Konkret dürfen eben Sprachkenntnisse nicht mit der Höhe der Mindestsicherung verknüpft sein und auch mehr Kindfamilien dürfen da nicht schlechter gestellt sein. Es sind keine Höchstsätze erlaubt. Sie haben das sehr, sehr scharf kritisiert, praktisch das ganze Ihr letzte Jahr durchgehend. Aber wie sähe denn eine ideale Regelung aus? Also zunächst sind wir erleichtert über diese Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. Das ursprüngliche Gesetz hat ja im Entwurf, im Beschluss vorgesehen, dass die Mindestsicherung ab dem dritten Kind bei 44 Euro liegt. Das ist 1,45 Euro pro Tag für dieses Kind. Jetzt selbst wenn man die Familienleistungen hinzuzählt, ist das einfach ein Betrag, wo wir gesagt haben, das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit von Menschen. Wenn ich an unsere Familienzentren, Sozialberatungsstellen denke, die Mutter-Kind-Häuser denke, dann weiß ich, Alleinerzieherinnen, kinderreiche, einkommensschwache Familien sind heute schon in besonderer Weise armutsgefährdet. Das heißt, ich bin erleichtert. Ich glaube aber zugleich, das ist jetzt weder ein Anlass sozusagen für Triumph, noch ist es ein Anlass für Gerichtsschelte, sondern die Höchstgerichte sprechen Recht. Und hier hat der Verfassungsgerichtshof eben gesagt, in zwei Punkten ist das Gesetz, in zwei wesentlichen Punkten ist das Gesetz nicht verfassungskonform. Ich würde mir wünschen, dass das jetzt als Chance ergriffen wird. Das heißt, dass sich Bund, Länder noch einmal zusammensetzen und dass sie auch mit den Praktikerinnen, Praktikern, auch mit den Hilfsorganisationen schauen, wie kann denn eine Lösung aussehen, die an der Realität der Familie, an der Realität der Menschen Maß nimmt. Und da glaube ich, muss jede Mindestsicherung im Wesentlichen vier Ziele vereinbaren. Erstens muss sie Armut vermeiden. Da würde ich mir wünschen, dass dieses Ziel sozusagen ein Leben in einem Minimum an Würde für alle sicherzustellen, dass dieses Ziel auch im Titel vorkommt. Das zweite ist Arbeitsanreiz. Das dritte ist die Finanzierbarkeit. Und das vierte ist in einer Demokratie natürlich auch die Akzeptanz. Daher glaube ich, ist schon wichtig, was können wir denn tun, damit sozusagen auch Menschen unsere Wahrnehmung ist, dass sie arbeiten wollen, aber dass wir sie auch dabei begleiten, dass sie Arbeit finden, von der sie leben. Das ist immer das Beste. Also mir ist viel lieber, jemand ist nicht in der Mindestsicherung, sondern kann für sich selber sorgen. Und unsere Erfahrung ist, das wollen die Menschen in aller Regel auch. Das ist gewissermaßen sozusagen das politische Ziel. Aber können Sie es konkreter machen? Gibt es ein Modell, das in einem der Bundesländer ist, wo Sie sagen, das hätte auch einen Caritas-Stempel sozusagen? Also ich glaube, jedes Bundesland hat ja seine Stärken. Ich erinnere mich an Gespräche in Vorlberg etwa. Die Vorlberger haben das oft sehr nüchtern und lösungsorientiert, wie sie die Themen angehen. Und die haben gesagt, wenn ich im Rheintal bin, dann weiß ich einfach, eine Wohnung für eine sechsköpfige Familie kostet viel Geld. Und die haben daher gesagt, da müssen wir schauen, dass wir die tatsächlichen Wohnkosten abbilden. Danach sind die Kosten eigentlich vom Bundesland zu Bundesland relativ ähnlich, die Fixkosten für das Leben. Aber Wohnen, das ist so ein kritischer Teil. Wie bekommen wir das hin? Dann denke ich mir, ja, wenn zum Beispiel die Sorge ist, führt nicht die Mindestsicherung, die Kinder abbildet im Unterschied zum Lohn, der Kinder nicht abbildet, zu einem Gewissen, dem Gefühl, dass Menschen haben, das ist nicht gerecht, wie das ausgestaltet ist. Wäre es nicht möglich, zum Beispiel durch eine deutliche Erhöhung der Mehrkindzuschläge, das für alle Familien zu einer Verbesserung zu führen? Und man muss nüchtern sagen, das folge Gesetz im Entwurf hat ja auch einzelne Punkte gehabt, die durchaus ein Fortschritt waren. Wenn etwa ein Bonus für Alleinerziehende vorgesehen ist, dann wissen wir, Alleinerzieherinnen sind in besonderer Weise von Armut gefährdet. Also das war durchaus der Ausdruck, ich würde nicht das alles in Bausch und Bogen verdammen wollen, was da überlegt worden ist, sondern wie machen wir Arbeitsanreize, wie stellen wir sicher aber auch, dass Menschen sozusagen hier das, was sie leisten wollen, auch leisten können? Wie begleiten wir da Menschen dabei? Sie haben zuerst von Akzeptanz gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass ÖVP und FPÖ mit dieser Regelung vor allem Zuwanderer und Familien, die geflohen sind, vor Augen hatten. Die Argumente waren von Türkis-Blau, dass man die sogenannte Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen will und dass es ungerecht und leistungsfeindlich sei, wenn man durch die Mindestsicherung genauso viel oder mehr verdienen würde, wie ein reguläres Gehalt. Was sagen Sie zu solchen Argumenten? Das ist schon ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Weniger als die Mindestsicherung ist es nicht, weil dann wird aufgestockt. Und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man sich die Mindestsicherungszahlen anschaut, das sind ungefähr 300.000 Bezieherinnen und Bezieher gewesen, dann sieht man, die größte Gruppe sind Kinder. Das heißt, da stellt sich diese Art der Frage nicht, sondern ich glaube, ein Kind ist ein Kind, egal wo seine Wiege stand. Ich glaube, zweitens muss man sehen, ein erheblicher Teil sind Aufstockerinnen und Aufstocker, wo entweder der Lohn oder die anderen Unterstützungen, die da sind, so gering sind, dass etwas dazu gezahlt werden muss. Und ich glaube, dass hier, wenn die Wohnleistungen extra betrachtet werden, wenn die Kinder als Kinder gemeinsam gefordert wird, wenn das System als Familie angeschaut wird, dass das schon einen Schritt in die richtige Richtung bringt. Und ich habe schon auch vor Augen die Diskussion, die zum Teil in Vorarlberg, zum Teil im Burgenland geführt worden ist, bräuchten wir, müssten wir uns nicht überlegen, verdienen, also sozusagen das Sozialdehre sagt, der gerechte Lohn ist der familiengerechte Lohn. Also müssen wir nicht schauen, wie sitzt denn mit denen, die am wenigsten in unserem Land verdienen, wie können wir die noch weiter entlasten? Wenn ich an das WIFO denke, die haben gesagt, bei den Sozialversicherungsbeiträgen beispielsweise zu reduzieren, das wäre für Menschen, die wenig haben, eine Entlastung. Also ich glaube, es braucht insgesamt einen Zugang, wie können wir Kinderarmut, Altersarmut senken? Wie können wir schauen, dass es an den Rändern der Gesellschaft nicht brüchig ist? Und ich würde, ich hätte, ja? Nein, ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich wollte ganz kurz noch bei dem Argument von der Kollegin bleiben. Wir haben nämlich eine Grafik vorbereitet, die uns zeigt, aus welchen Ländern gewissermaßen die Mindestsicherungsbezieher kommen. Und zwar sind da 47 Prozent der Mindestsicherungsbezieher Österreicher, 40 Prozent kommen aus Drittstaaten, 7 Prozent aus der EU. Sie können das hier auch sehen. Insgesamt 35 Prozent sind Asylberechtigte. Wie erklären Sie das Menschen, die das als ungerecht empfinden? Ich glaube, dass der Abstand zwischen der Mindestsicherung und dem Arbeitseinkommen größer sein sollte. Aber ich frage mich, ob der richtige Weg ist, von dem, was eine Mindestsicherung ist, und das ist ja damals streng ausverhandelt worden, dass man sozusagen Menschen weniger gibt, als das Mindeste, was zum Leben notwendig ist, ob das der richtige Weg ist. Ich würde gerne dafür ringen, dass die Menschen, die heute wenig verdienen, mehr verdienen. Und ich glaube, da sich gemeinsam anzustrengen, Arbeit, von der man leben kann, das scheint mir ein ganz wichtiges Element zu sein. Und gerade etwa, wenn alle Indizien dafür sprechen, dass sich der Arbeitsmarkt ein Stück weit eintrüben wird, dann glaube ich, ist es wesentlich, hier genau hinzuschauen. Wir haben 8 Prozent Working Poor. Das sind, glaube ich, die Dinge, über die es nachzudenken gilt. Ich würde aber gerne etwas Grundsätzliches sagen, weil es mir an der Stelle am Herzen liegt. Weil wir leben in einem schönen Land. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin viel unterwegs. Man muss nicht die Augen aufmachen, aber in den Nachbarständen und weiß, wir haben in der Geburtsortslotterie und gerade auch, was den Bereich des Sozialen betrifft, einen Haupttreffer gezogen. Und ich denke, da steht viel auch Überzeugung dahinter, viel Arbeit von der Generation unserer Eltern und Großeltern und die Überzeugung, dass es uns nur miteinander gut gehen kann. Und ich glaube, diese Überzeugung, dass es uns nur miteinander gut gehen kann, die würde ich gerne stärken und wach halten. Und was ist der Grundgedanke des Sozialstaats? Das ist ja im Grunde ein ganz einfacher Grundgedanke, dass wir Lebensrisken, die den Einzelnen, die Einzelne überfordern, gemeinsam tragen. Das heißt, es kann sein, ich mache es nur zwei Punkte und dann ist es, es kann sein, dass ich hinausgehe oder einer von uns hinausgeht aus dem Studium, wir fallen um und brauchen eine Operation, die wir mit allen unseren Ersparnissen nicht finanzieren können. Ich weiß, dass ich diese Operation bekomme, weil ich Teil dieser versicherten Gemeinschaft bin. Und ich hoffe, dass ich das alles nie brauche. Das ist mir viel lieber. Aber es gibt ein Stück Sicherheit. Oder beispielsweise, ich bin heute netto zahle ins Sozialsystem. Was heißt das? Das heißt, ich habe eine Arbeit, von der ich leben kann. Das heißt, ich habe keine wesentliche gesundheitliche Einschränkung. Am Anfang war ich Nettoempfänger, am Ende werde ich wieder Nettoempfänger sein, weil ich Gesundheit, meine Eltern und meine Schulen nicht zahlen können, oder meinen Studium. Am Ende werde ich sein, weil ich vielleicht Pflege brauchen werde. Ich bin viel lieber Nettozahler ins Sozialsystem, als Nettoempfänger im Sozialsystem. Fragen etwas abkürzen. Wir haben noch sehr viel vor uns.